So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rabens ist der Dicke. Adi Schatz, alles Gude. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich schon seit ganz langem eine Flasche Bier auf dem Fußboden stehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die her ist. Die wurde auf jeden Fall mal geschickt in einem Fanpaket oder Fanpost. Und das ist hier Icke. Kennt ihr Icke? Icke. Typisch Berlin. Wie gefällt euch das Design? Icke typisch Berlin. Sieht aus wie eine Flasche Hustensaft. Da ist ja auch hier das Brandenburger Tor. Also das Hustitor. Sonst steht da gar nicht viel drauf. Ist also eigentlich eher schlicht, aber irgendwie sehr goldig. Eigentlich also ganz nett. Icke Pilzner. Icke. Ein feinherbst spritziges Pilz und dazu erfrischend echt. Die traditionell überlieferte Rezeptur, edelste Hopfensorten und handwerkliche Braukunst vereint unser Icke. Zu einem Premium Pilz nach höchster Qualität. Klassisch. Ehrlich. Ausgezeichnet. Typisch Berlin. Ehrlich. Direkt in die Fresse rein. Jedes Mal. Die anderen Biere, die machen euch alle was vor. Ja, die lügen euch an. Wir wollen das jetzt mal aufmachen. Wollen das mal hier in das auf die dicken Glas einfüllen. Wollen das mal probieren, wie das schmeckt. Das hat nämlich 4,9 Prozent in der Mehrwegpfandflasche. So. Einmal diesen hier. Adipas auf. Adipas auf und Okay. Das geht schon ein bisschen länger. Das sieht man schon. Das war ja, das war gar kein Bums dahinter. Also gar kein Druck. Normal fliegt der Stöpfel dann immer 100 Kilometer durch die Gegend. Diesmal gar nicht. Aber trotzdem kommt da der Schaum. Das ist mir wieder ein T-Shirt, das man während des Streams dann immer nach Bier riecht. Jetzt tun wir das mal hier rein. Oder wir nehmen erstmal einen klassischen Schluck aus der Bulle. Egetypisch Berlin. Schmeckt wie typisch aus dem Adventskalender. Aber muss ja. Es gibt gar nicht so viele Arten und Weisen, wie man Bier braut. Das heißt, im Adventskalender immer, wenn ich den den Weihnachtskalender teste, sind ja so viele verschiedene Bierarten, Biersorten drin. Und egal, welches Bier ich teste, es ist immer irgendwo eins dabei, was so schmeckt wie eins aus dem Adventskalender. So. Wirkt auf jeden Fall kräftiger als die meisten anderen, die ich in letzter Zeit mal so getestet oder probiert habe. Ist auch nicht so herb. Steht ja auch nicht drauf, dass es herb ist. Es ist halt ehrlich und klassisch und ausgezeichnet. Typisch wie Berlin eben. Farbe sieht auf jeden Fall eigentlich klar, aber irgendwie doch ein bisschen drüber. Also ich habe schon klarer Riss gesehen, was goldiger aussieht. Ist jetzt nicht ganz so hell. Ein bisschen ist halt Pilz. Pilz hat wahrscheinlich genauso eine schöne Pilzfarbe. An sich schmeckt es eigentlich aber ganz vernünftig. Also ich habe mich jetzt nicht geekelt bei dem Schluck. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich einfach nur Wasser trinke. Ichke Pilzner scheint ein gutes Bier zu sein. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr der wart, der mir das geschickt hat, schreibt es mal in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Ist ein Bier, was ich auf jeden Fall öfters trinken würde. Wenn ich jetzt mit Hannes und Isra durch Berlin ziehen würde, wie wir damals die Münchner Biers getestet haben und würden sagen, wir testen Berliner Biere, wäre das sicherlich dabei und würde es sicherlich auch gut abschneiden. Gefällt mir schon alleine durch das Die-Zein und deswegen ziehen wir uns den Rest von der Bulle jetzt hier noch rein. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ichke Dübisch Berlin. Äh, ichke Pilzner. Ichke Dübisch... Wieso steht einmal vorne das so und hinten einmal so? Okay. Ichke irgendwas. Einfach nur. Ichke irgendwas. okay 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 wenn du das ganze glas trinkst dann ist das aber schon ziemlich her und bitter legt sich auf jeden fall auf die zunge das hätte ich jetzt aber nicht erwartet da hätte ich noch was anderes irgendwie also da muss man halt kleine schlucke trinken dann ist das nicht so schlimm kennt ihr das ig typisch berlin peace out vorhaut euer ramses und 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 und